Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Die gesamten Kinder, ich denke, in den Zweiterland rauskommt, nie das Verrechtliche, Freude und das Feindlinge. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrühten. Die Stadt Feindlinge, Verreiter, Verklager. Mein Zimmer, was Sie da sagen, ist ungeheblich. Die Kinder waren die Kette, das ist der Recht des Deutschen Reiches. Sie ist ohne Ehren. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftmacher, was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Der Samorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das? Verrat an meiner Person? An meiner Person? Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. An meiner Person? so Untertitelung des ZDF, 2020